Von der Traube bis zur Creme, Etablierung und Massenvermehrung von Weintraubensuspensionszellen zur Herstellung eines Pflanzenzellkulturextrakts für die Kosmetikindustrie. In diesem Lernvideo wird die Oberflächensterilisation und die Kalusinduktion erläutert. Kalus- sowie Suspensionskulturen und Wurzelkulturen können aus folgenden Pflanzenteilen gewonnen werden. Spross, Blatt, Internodien, Knospen, Blütenblättern und Anteren, Früchten und deren Samen, sowie aus Wurzeln. In diesem Video zeigen wir die Gewinnung von Kalus aus der Haut von Weintrauben, um daraus später eine Kosmetikcreme herzustellen. Kalus ist Wundverschlussgewebe, das von Pflanzen natürlich bei Verletzungen gebildet wird. Da Pflanzenzellen im Gegensatz zu tierischen Zellen totipotent sind, ist es prinzipiell möglich, aus jeder Kaluszelle eine komplette, überlebensfähige Pflanze herzustellen. Die Kultivierung von Kalus erfolgt auf festen Agarnährmedien, die durch die Auswahl geeigneter Pflanzenhormone, welche auch als Phytohormone bezeichnet werden, das Wachstum außerhalb der Pflanze stimulieren. Durch den Einsatz von biotechnologischen Verfahren kann als Kalusgewebe eine Suspensionskultur erzeugt werden. Für eine erfolgreiche Kalusinduktion muss entweder das primäre Pflanzenmaterial oberflächensterilisiert werden oder es werden direkt steril aufgezogene Pflanzen zur Kalusinduktion eingesetzt. Wenn, wie in unserem Fall, kein steriles Pflanzenmaterial zur Verfügung steht, muss das pflanzliche Ausgangsmaterial oberflächensterilisiert werden. Dazu werden die Beeren zuerst in sterilem Wasser vorgewaschen. Danach folgt eine 15-minütige Behandlung in einer 7%igen Calcium-Hypoklorid-Lösung. Anschliessend werden die Beeren dreimal hintereinander in sterilem Wasser gewaschen. Ein weiteres Sterilisieragent, das häufig für die Oberflächensterilisation von Pflanzenmaterial eingesetzt wird, ist 70%ige Ethanollösung. Zusammengefasst, unsteriles Pflanzenmaterial muss oberflächensterilisiert werden. Häufig verwendete Oberflächensterilisieragentien sind Hypoklorid-Lösung 2-20%, 70% Ethanol, destilliertes Wasser. Sobald die Oberflächensterilisation abgeschlossen ist, erfolgt das aseptische Zerkleinern des Pflanzenmaterials, sprich, es werden sterile Explantate hergestellt. Das Zerkleinern des sterilen Pflanzenmaterials erfolgt mittels eines sterilen Skalpells und einer sterilen Pansette. Wenn das Equipment vorbereitet ist, werden die Beeren geviertelt. Dann wird die Beerenhaut mit dem Skalpell vom Fruchtfleisch gelöst. Um die Kalusinduktion anzuregen, wird die Haut der Weintraube oberflächlich mit dem Skalpell verletzt. Zusammengefasst, die Teile der Pflanze, die sterilisiert werden, nennt man Explantate. Bei der Herstellung steriler Explantate wird unter aseptischen Bedingungen gearbeitet. Oberflächliches Verletzen der Explantate fördert die Kalusbildung. Wenn die gewünschte Anzahl steriler Explantate hergestellt ist, erfolgt das Auftragen des Pflanzenmaterials auf die Kalusinduktionsnährmedien. Dazu werden die Explantate mittels einer sterilen Pansette auf das Induktionsmedium überführt. Wichtig dabei ist, dass keine Luftblasen zwischen dem Explantat und dem Nährboden eingeschlossen sind, da dies zu einer Nährstofflimitation des Explantats führen kann. Nun werden die Nährböden mit den Explantaten vorsichtig mit Parafilm verschlossen, um eine Austrocknung der Explantate und des Nährmediums zu verhindern. Anschliessend werden sie für die Kalusinduktion in einem Brutschrank unter Lichtausschluss inkubiert. Um optimale Bedingungen für die Erzeugung von Tragenkalus zu garantieren, wird im Brutschrank eine Temperatur von 25 Grad Celsius eingestellt. Zusammengefasst, beim Auftragen der Explantate auf Induktionsnährmedien ist es wichtig, dass keine Luftblasen zwischen dem Explantat und dem Nährboden eingeschlossen sind. Die Nährböden zur Kalusinduktion werden mit Parafilm verschlossen. Der Inkubator muss wie folgt eingestellt werden. 25 Grad Celsius bei 24 Stunden Dunkelheit. Die Kalusinduktion beginnt, sobald die Nährböden mit den Explantaten im Brutschrank inkubiert werden. In einem Zeitraum von 3 bis 14 Tagen sollte sich nun Kalusgewebe an den verletzten Stellen der Hautexplantate bilden. Dabei müssen die Explantate täglich auf Kontaminationen hin überprüft werden. Die Kalusinduktion kann zu folgenden vier Ergebnissen führen. Erstens, im besten Fall wird bröckliger, weicher Kalus wie hier im Bild induziert. Zweitens, es kann jedoch passieren, dass sich kein Kalus an den Explantaten bildet. Eine mögliche Ursache dafür kann eine ungeeignete Hormonzusammensetzung des Induktionsmediums sein. Weiter ist es möglich, dass das pflanzliche Ursprungsmaterial nicht mehr vital ist, weil es entweder zu lange bei zu tiefen Temperaturen gelagert oder bei der Oberflächensterilisation übersterilisiert wurde. Drittens, eine Kontamination bakteriellen oder fungalen Ursprungs am Explantat kann dann auftreten, wenn das pflanzliche Ursprungsmaterial bereits im Vorfeld eine zu hohe Keimbelastung aufgewiesen hat oder das Verfahren der Oberflächensterilisation nicht optimiert wurde. Dies, weil die Konzentration des Sterilisierungsmittels zu tief oder die Einwerkzeit des Sterilisierungsmittels zu kurz war. Viertens, weiter kann es zu einer Differenzierung der Explantate kommen. Die Explantate können Wurzeln oder Sprosse ausbilden, falls das Induktionsmedium für die Kalusinduktion eine ungeeignete Hormonzusammensetzung aufweist. Für die Gewinnung von Traubenkallus verwenden wir daher ein von Calderon et al. optimiertes Induktionsnährmedium, das auf der Zusammensetzung des Murashigen-Skogs-Grundmediums basiert. Nach erfolgreicher Kalusinduktion wird der Primärkalus vom Primärgewebe getrennt. Dazu wird der Kalus mit einer Pinsette vorsichtig vom Explantat gelöst und auf einen neuen Nährboden transferiert. Anschliessend wird der Nährboden mit dem Kalusgewebe vorsichtig mit Parafilm verschlossen und zur Vermehrung des Kalus in einem Brutschrank unter Lichtausschluss inkubiert. Wir empfehlen das Wachstum des Kalusgewebes periodisch alle sieben Tage auf dem Nährboden zu verfolgen, um visuell die Wachstumsgeschwindigkeit des Kalus zu ermitteln. In Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeit des Kalus wird alle drei bis vier Wochen Kalusgewebe aseptisch auf einen neuen Nährboden überführt, was als Subkultivierung bezeichnet wird. Um anschliessend eine Kalus-Suspensionskultur zu etablieren, sollte möglichst nur bröckliger, weicher Kalus subkultiviert werden, anstelle von kompaktem, hartem Kalus. Die Vermehrung des Kalus erfolgt im Brutschrank unter Lichtausschluss. Zusammengefasst? Bei der Kalusinduktion bildet sich Kalus an verletzten Stellen der Explantate. Die Hormonzusammensetzung des Induktionsmediums und die Oberflächensterilisationsmethode sind wichtige Parameter einer erfolgreichen Kalusinduktion. Ziel ist ein bröckliger, weicher Kalus. Im nächsten Lärmvideo wird die Etablierung einer Traubensuspensionskultur gezeigt. Untertitelung des ZDF, 2020